Yo hey Leute, willkommen zu diesem Video und ja, ich, das ist das 300 Abonnenten Special und das ist aber nur der erste Teil, es gibt dann nochmal einen zweiten Teil, der kommt wahrscheinlich morgen, vielleicht auch noch heute und ja, ich, also es gibt jetzt, ich sag die ganze Zeit, ich alter bin nicht dumm, es gibt hier ein Gewinnspiel als 300 Abos Special, erstmal noch fettes Danke an euch dafür und zwar verlose ich zusammen mit dem Iceberg Minecraft Pocket Edition Netzwerk einmal einen Key für die Closed Beta vom Iceberg Server und dann noch einmal einen Goldrang, also alles zusammen und der Goldrang kostet normalerweise 10 Euro, also lohnt sich es da mitzumachen, mit dem Goldrang habt ihr ja sehr viele Vorteile und ja, also ich würde mitmachen, alles was ihr dazu machen müsst, ist in die Kommentare zu schreiben, warum ihr gewinnen wollt und ja, mehr Infos zum Goldrang findet ihr auf Eiswerk.org und ja, da gibt es bisher einen sehr schönen Spielmodus, die arbeiten aber noch an mehr Spielmodis und das leider noch nicht für die 012, aber das updaten die, solange die Pocket Mine aktualisiert wurde und ja, einfach in die Kommentare schreiben, warum ihr gewinnen wollt, ich ziehe dann so in ein, zwei Wochen den Gewinner und ja, ich würde sagen, das war's, bis dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.